Hallo und willkommen zur nächsten runde mein one versus one mage turnier hoffentlich mal ein spannendes match kashimyo mit Kashi-Omu mit Fizz gegen Kragas mit fucking viel AD mit seiner W Achimyo als Kragas Ja, mal schauen ob der Fizz ein bisschen ein bisschen schnittert gegen Kragas Ist ja ein extrem starker champion Beide haben die Pore schon gefüttert Schön, schön ausgewichen der der Kuh von Kragas ist ja relativ einfach wenn man da oben ist kann man auch ein bisschen bestimmen wo man hin fliegt und dazu jedenfalls irgendwas wichtiges noch gewesen Zu sagen dass das game vielleicht spannend werden könnte ja gecheckt die Bands genau auf der linken Seite Oriana und Malzahar Oriana finde ich ein ziemlich starker Champion Malzahar Ja, ja, so lala und auf der rechten Seite LeBlanc und Syndra Gut, LeBlanc findet sich unbedingt toll aber kann schon ziemlich viel Schaden machen Finde ich trotzdem so toll und Syndra, ja, muss halten Böser Champion 3 finalen, ne, kriegt er nicht Kann der von Hermann helfen müssen Kriegt er auch, doch, kriegt er Den Oma hat er nicht bekommen Er hat zwei rechts bekommen und den linken nicht obwohl er hätte beide bekommen können Naja 8 zu 8 Minutes, also etwa gleich von 12 Minutes haben sie 8 bekommen Das ist gar nicht sooo schlecht Das ist schon okay für jetzt mal Millis Aber Kragas kann er besser fahren mit seiner Kuh Äh, 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 jetzt die ganze wave fast weggefarmt Aber er kriegt Kragas dem Minion nicht 12 zu 11, das heißt, Fiss hat schon einen kleinen Vorteil Wenn er ihnen denn beibehält Und so wie es aussieht Ach mein Gott, Fiss, ey, das ist ja schlimm das ist wieder gleich gleich viel farm what the fuck das war echt schlecht da hat er drei minuten daran ich bekomme das ist ärgerlich 100 gold weg schöner trade es hat wesentlich mehr damage gemacht als kragas und da schon wieder hat der ulti gehabt hätte ihn getötet aber da fehlt noch ein bisschen was zu lolnexes sagt mir archimio ist silber 1 mit 71 lp hat sogar auch schon öfters gragas im rank gespielt 9,5 5,4 7,9 an kda 300 normal wins ist wie schon gesagt s1 s1 silber auch wie er letztes hießen gewesen 212 rank wins, 214 rank wins, das ist etwas mehr verloren als gewonnen ist natürlich ärgerlich als guten rat könnte ich natürlich wieder geben halt auch mit den ranks zu spielen aber die leute wollen auch immer wieder spielen ich weiß nicht warum vielleicht können sie mir erklären warum wollen die leute range spielen bringt doch überhaupt nichts null diese wettung ist total für den arsch wie man ja letztes game gesehen hat 22 zu 18 und er hat noch die komplette wave vor sich holy shit das ist richtig gut nachdem den tower hätte erst abwarten müssen dann angreifen ja bei ap tanker sind die ruht von kragas 7,8 3m riss mp 5,3 6m riss 20,8 ap und wieder sind 12,6 und warum riefst du dich an da war gerade bei einem mini der hat er angreifen können oh oh also man ist fast werfen man könnte ihn ja vielleicht noch in die kuh reinhauen na das war oh oh das war schlecht fürs das war richtig schlecht und er verliert das sogar den trade meint ich ja gerade hätte ich wahrscheinlich töten können hätte er seine kuh ready gehabt ja das war wirklich schlechter move von von fiss denn hätte er erst wegnehmen müssen und dann nehmen wir den angreifen und auch nicht hinjumpen so hätte er sich nicht einsammeln können und die kuh sehr schön der uchin strike oder uchin strike ähm ja bei fiss ähm silber 15,15 lp unterscheiden die beide haben natürlich beide im blade relativ wenig cooldown auf ihren ultis ok kragis hat zwar noch weniger cooldown auf seine ulti als fiss 95,95 hä die hat noch 40 und hier hat ach klar der hat ja ein bisschen später ich dachte es wäre in einem fight gewesen ähm 10 farm mehr auch fiss ist gar nicht so schlecht 10 farm ist ganz ok dafür dass zwei jetzt mili sind und dafür dass kragis die besseren farmskills hat also farm q, w, e oder ulti halt ja fiss ist äh unter half life noch während kragis wieder full life ist was haben wir denn so auf dem fiss denn auch schon 5 ranks haben gespielt 12,2 4,8 7,4 also relativ gute kda mit ihm einfach daher e und ulti oh gott war das schlecht auch du scheiße war das schlecht ario eine verschwendung von zaman das holster eine verschwendung von zam das ist ja wahnsinn gewesen was haben sie sich dabei gedacht bitteschön die sektische skills jedes mal 778 norm ist also schon ziemlich viel erfahrung gesammelt im practice bereich erhalte erfahrung gesammelt halt erfahrung bekommen schön schön ausgewicht 59 rents gewonnen 53 rents verloren das heißt also er hat mit einem viertel des aufwandes die kuh hat nicht gerade so viel rent gehabt mit einem viertel des aufwandes hat er 15 ap weniger als der grager ist ja und ich würde überhaupt gar keine ah ja das jetzt ist das thema 3 12 minuten mehr als grager das ist halt schon ganz gut allerdings hat der fischung wesentlich mehr kassiert gar nicht gleich wieder ready für das ist so was von tot die pranken von grager tun schon weh da kann man nicht viel machen zehn farben ist ja immer noch hinten das gleicht der gleich aus mit sparen office ja das ist ein gutes item dafür dass sein sein und schimpft direkt mit dem mit der mit dem wandert weg ist das gar nicht so schlecht aber trotzdem er hat er plötzlich ab hier überhaupt was großartig haben macht sogar nur ein 40 ist das schon eine ganze menge aber ich hatte wenig also da lohnt sich ruhig nicht weit zu kaufen es ist aber so und zurzeit wird total nutzt es am anfang aber egal kann mehr vom gegenteil überzeugen ich habe gar nicht kurz das thema vergessen ja grax hat den ulti geschwissen sehr schöner schöner trade gewesen aber irgendwie wird das nicht so viel naja da ist ein rot ja das war gerade der lichwert war einfach zu heftig es macht ein bisschen viel schaden es gibt man den E-Hoch-Tatsache mit mit 420 gar nicht ich will die die w- oder die kuh holen wenn er die w- hoch geht dort ist schon nicht schlecht wenn man die ganze Zeit mit der kuh schwingern kann das ist gar nicht so und nicht so übel und die aktive sie mit fünf sekunden 10 plus 11 mal schaden gut ist es nicht wirklich viel auf stufe 1 aber er benutzt seine w um schaden schaden zu füllen das bringt aber nicht wirklich viel und er wollte nicht mehr auslösen das natürlich auch möglich ja er wollte nicht mehr auslösen da habe ich jetzt nicht dran gedacht da war ein bisschen zu spät gewesen da hätte er schon vorher gut waren beide ziemlich reaktionsgut war schön schnell die kuh von grax raus beten immer so wie es oft geht aber ja da kommt wirklich noch cool dann auf 5,9 5 sekunden ist ja nichts dafür hat er auf seinem e 7,6 sekunden cool schon ein bisschen mehr ja es ist wirklich muss man wirklich gut reagieren da wird die lagers fässer der explodieren wenn man direkt drin steht und mit mit fistern tricks dann machen einfach zerstört also einfach weg gewesen ich habe nur eine sekunde kurz weg geguckt weil leute wieder bullshit im chat schreiben das ist ja nichts neues und dann war er weg weg jetzt hat er natürlich ein zauberbuch mehr aber das so viele ap mehr bringt 141 hat er vorher jetzt hat er 166 ist heute die 20 dadurch wahrscheinlich die restlichen 5 ap durchs level durch die level der erste tower ist schon down er macht ziemlich viel schaden vom farm her ist aber für es immer noch besser was mich ziemlich erstaunt ok jetzt nicht mehr jetzt sind sie gleich das war viel zu lustig im letzten game war ja x master thief hier gerade am spielen gewesen dieser platin typ der nichts drauf hat hat dann geliebt weil er verloren hat schon nach zwei oder drei toten und ja dann habe ich halt beschlossen überhaupt null mit den leuten irgendwas zu tun wieder ja kein sehr sicherlich früher habe ich mit den leuten gespielt dann wieder mal eine weile nicht jetzt habe ich es mal wieder probiert aber die leute sind einfach echt zu dämlich also die leute nehmen die games nicht ernst rollen nur rum und so weiter wo sie denken sie hätten etwas drauf im platin aber das ist ja nicht der fall wie man gesehen hat gerade anhand von des letzten beispiels das war es jetzt der game stimmt schon ich wollte nichts sagen ich dachte schon das gerne noch davor und jetzt haben wir halt dass ich mal platin 2 gewesen bin im 3-Wars-Rank-Team ist ja nicht so sehr schön gemacht vom Gras er ist ja nicht so dass sie auch entscheidend dazu beigetragen haben dass das team gewonnen hat mit dazu die fünf matches und ja aber ich muss das screen ganz kurz das ist einfach zu lustig ist immer für die für die nachwelt aufheben leute das ist ultra wichtig das aufzuheben für für spätere generationen kaum laden die scheiße endlich hoch dann freuen sich die kinder oder die die zukünftige loll-community wie schlimm sie früher auch schon war und wie schlimm sie heute immer noch ist also wahnsinn hat es hochgeladen immer noch jetzt hat es hochgeladen ja und die antworten von karo sind halt gerade die in bezug auf den chat was sie geschrieben haben ich weiß selber nicht was sie geschrieben hatte ich habe da gar nicht durch ja da ich finde es lustig oh schön schön vor kurz gemacht jetzt hat man wieder das game konzentrieren aber gerade es hat ein bisschen mehr vorteil er kann sich nicht hoch hier durch seine skills er kriegt ist jedes mal wenn er den spell kaste zwei prozent seines lebens wieder 37 also ist gerade nicht wenig und der fiskal nicht viel machen gegen rages hat seine ulti wieder ready schön gemacht von fisk sehr schön gemacht von fisk gut ausgetrickst ja gut ach bei solchen themen da geht mir immer wieder das herz auf das finde ich immer einfach nur lustigend im leben man braucht natürlich auch wirklich die kacklappen über die man sich lustig machen kann ansonsten hat ja kein spaß im leben so er ist gerade fisk ist am tower kriegt den höchstwahrscheinlich staun aber weiter kommt er leider auch nicht das vergisst man das dienst auf kragas wer wird vorgeworfen da muss das spiel dort ist es hier wird vorgeworfen ich würde es nicht im solo cure hinbekommen ein bisschen höher zu kommen aber ich habe 40 games gespielt und bin gold 4 oder war halt mal gold 2 oder 3 bis ich abgestuft worden bin ganz ehrlich ich habe ein bisschen mehr zu schon als die ganze tag in diesem kack game rum zu und rank zu spielen tausende von ranks da gebe ich meine zeit lieber sinnvolleren dingen hin ja und selbst capture anfragen aus für free bitcoins ist was sinnvolleres als solocue zu spielen weil das verdammt noch mal ein team spiel ist und da bringt es überhaupt nichts solocue zu spielen das hat absolut null wirkung oh Fizz ist so gut wie tot einer jumpcute hin und her also solocue wertung ist das ähm labest du überhaupt wie ich finde finde ich überhaupt nix interessanter bei aber gut einige anscheiden schon das ist äh ist halt so ja und die die kommunikation in den äh termin am sprachen bei dem turnier ist wirklich grandios also a weiß nicht was weh macht b weiß nicht was a macht das ist wahnsinn oh schön reagiert ich hatte gedacht der hätte jetzt die Schaden kassiert aber so wie es aussieht ähm der kreis schaden macht so krass der kreis der kreis der kreis mit der Bauchramme entgegen gerammt und hatte den Bauchammer er die hatte kaum Kulon ja er findet an Holy Grail für z.B. 250 AP und der 249 also ja kann man schon sagen fast gleich er hat aber noch ein Litschmehr war schön trocken kann ja na wir hatten ja mit dem Millilif bekommen er ist doch direkt durchgeschraubt und dennoch wollte ich jetzt bis jetzt habe ich sogar den scheiß Link wieder aber nicht mehr drin mein Gott ja Kragas hat sein Ulti anscheinend nicht mehr rechtzeitig schmeißen können die Kürz Prozent 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 meiner meiner Sulu oder das nicht weg in meiner Sonne Phase wo ich lieber mit einem Saar und Spieler zu ja 17 minuten 26 bei relativ gut was heißt gut fahren über 100 nach 20 minuten ja man sollte schon im richtigen chat zurückschauen sonst kann das ziemlich doof aussehen dagegen gibt es nur die nicht weiter oder damit statt damit ich habe gewartet bis keine berühmte hatte hachsteller flash ja das ist natürlich böse mit mit schen und mit ganzen ich kenne bisher nur schen und kragers glaube ich das machen können in eheheit oder der tor von chance glaube ich auch der ehe dann flash da geht das aber noch ein stück weiter das sieht ziemlich cool aus und kann ja auch ziemlich viel machen finde ich nicht schlecht es hat so ein überraschungsmoment auf sich ich glaube auf kreis die spiel war nicht schlecht aber der nächste tower geht daun papp schön zurückwerfen hat er hat keine kugel getroffen man holly schütz das kill 0 kurs getroffen er hat sich noch ein abyss ist da kaufen 301 api zu 401 ist schon weiter unterschied ja 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 die range von der kuh heftig und trotzdem wird wahrscheinlich gar nichts gewinnt aber viel zu viel schaden drauf er ist schon fast am nexus und fiss hat nicht mal die tower kaputt gemacht aber er hat ein sheen, er will sich also auch ein lichbang kaufen wenn er denn das dazugehörige wollt hat aber er hat die einfach alles gerade auseinander genommen er ist der scepter auf fiss fertig und er stürmt durch bis zum ende 30 und hätte er noch zeit oh oh ist ja kacke und so ne einfach durch pushen ist ja böse zack schön den teamfrog noch hoch raufziehen lange nicht so einen guten gragas gesehen ok ja achigen wir uns eine runde weiter kashiomu ist raus ja und wir sind auf jeden fall im nächsten mage match wieder das kommt ja dann morgen planmäßig und ja bis dann ciao ciao